Auch im zweiten Halbfinale des Kreisklassenpokals standen sich mit dem TSV Mosichkau 2 und der Reserve des SV 05-2 Kreis Oberligamannschaften gegenüber. Während der Aufsteiger derzeit Schlusslicht der Liga ist, stehen die 05er auf dem 9. Platz. In beiden Ligaspielen gab es bisher keinen Sieger. Im September letzten Jahres gab es an gleicher Stelle ein 1 zu 1 unentschieden. Vor fast genau einem Monat trennten sich beide Mannschaften im Schillerpark 4 zu 4. Die Gäste aus Dessers Norden hatten sich in der Abwehr mit Frank Wallach verstärkt. Der spielt sonst Landesliga und da sind die 05er bekanntermaßen Aufstiegskandidat. Meinert und Kupka konnten sich sogar bereits in die Torschützliste der ersten Mannschaft eintragen. In Mosichkau ließen die Schillerparkkicker nichts anbrennen. Nach neun Minuten gab es Freistoß für die 05er. Jan Beckmann mit dem direkten Versuch. Vom Innenpfosten springt der Ball in die Maschen. Die frühe Führung für die Gäste. Nur eine Minute später erneut Freistoß für den SV Dessers 05. Diesmal mit Philipp Hetzer. Das Ergebnis das gleiche. Das Spiel also gerade erst begonnen. Und schon lagen die Hausherren mit 0 zu 2 in Rückstand. Bereits beim letzten Aufeinandertreffen beider Teams führte 05 deutlich. Zwischenzeitlich sogar 4 zu 1. Am Ende gab es die Punkte Teilung. Das konnte hier heute nicht passieren. Aber vielleicht geht ja noch was für Mosichkau. Die wurden vor allem in den Schlussminuten des ersten Durchgangs mutiger. Christian Nier fehlten hier nur Zentimeter. Nach 45 Minuten hätte der ein oder andere Mosichkau-Fan hier gern den Torpfiff gehört. Jochens kann den Ball nicht festhalten. Ob die Kugel hinter der Linie war oder nicht, lässt sich aus unserer Kameraposition nicht sagen. Für den negativen Schlusspunkt in Halbzeit 1 sorgte dann Philipp Kupka, der erst gefoult wird und sich für dieses Einsteigen dann völlig zu Recht den gelben Karton abholt. Mit der ersten Halbzeit konnten die Gäste durchaus zufrieden sein. Die Hausherren zumindest mit guten Aktionen zum Ende. Mit dem zweiten Durchgang kam Heißloff für Hoffmann und Schuricke für Malende. Nur zwei Minuten nach wieder anfiff die Gäste mit der Chance zur vielleicht Vorentscheidung. Meinert und Tetzer mit dem Doppelpass. Kohle ist bereits geschlagen, doch der Pfosten hatte was dagegen. Kurz danach wechselten auch die Gäste. Boot ging für Müller und Barz kam für Lorenz. Jena Barz war es, der nach 66 Minuten Philipp Hetzer auf die Reise schickt. Der umkurvte elegant Maibeam und macht das 0 zu 3. Fast im Gegenstoß die größte Chance für Mosickau. Der Schuss von Heißloff noch abgefälscht, doch Jochens hält das Leder fest. Wie schon im ersten Durchgang die Hausherren mit der besseren Schlussoffensive. Doch mehr als dieser Lattentreffer sprang dabei nicht heraus am Ende. Trennten sich die Reserve-Teams des TSV Mosickau und des SV Dessau 0 zu 3. Der Gegner der Schillerpark-Kicker im Finale ist Abus Dessau. Für Mosickau geht es jetzt voll und ganz darum, Punkte gegen den Abstieg zu sammeln.